Ich wollte nur das Ding, aber nicht mit dem Ding. Wer ist dieser Geisteskranke? Tadeus Tentakel. Laut dieser Liste scheint er ein Klarinettist zu sein. Schon gut. Na dann, ich höre. Die Klarinette. Wo ist die Klarinette? Oh, die habe ich. E, warum denn da? Ich glaube, ich habe noch gar nicht darüber nachgedacht, dass wir das Ding auch spielen müssen. Na gut, irgendwo muss in seinem Hirn gespeichert sein, wie man Klarinette spielt. So Lot quetschen wir es einfach aus ihm raus. Danke, das reicht. Nächster. Er ist einfach großartig. Was ist denn los hier? Wo bin ich? Ich bin beim Vorspielen. Ich spiele, aber ich habe keine Kontrolle darüber. Ich fühle mich, als hätte etwas Besitz von mir ergriffen. Was ist los auf einmal? Ich kann's dir auch nicht sagen, aber ich verliere die Kontrolle. Muss die Kontrolle erlangen. Es ist eine ungewöhnliche Art zu spielen, aber wie auch immer, der Klang ist ganz einfach wunderbar. ...